Herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einer Deep Print Games Neuheit, nämlich Caldera Park. Das ist ein Spiel von Wolfgang Kramer und Michael Kiesling, welches ich hier als Rezensionsexemplar bekommen habe und es ist der quasi Nachfolger von Savannah Park. Ein Plättchen Legespiel, aber diesmal ja doch ein Tick komplexer, mit anderen Mechaniken und das sah sehr spannend aus und mit euch zusammen möchte ich einfach mal in die Box reinschauen, was bei Caldera Park alles dabei ist. Dann machen wir mal die Box auf. Sieht auf jeden Fall nach Urlaub in Nordamerika aus. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann haben wir hier die Anleitung. Ja, also auch nicht so dick. Also es ist immer noch, denke ich mal, ein zugänglicheres Spiel, aber ein Kennerspiel. Würde ich jetzt mal ein unteres Kennerspiel vielleicht, behobene Familienspiel, man weiß es nicht. Auf jeden Fall doch schon komplexer als der Wetterpark, was ich mitbekommen habe. Auf jeden Fall 140 Tierplättchen, 35 Personen. Wir haben eine Aktionstafel, so eine zentrale im Auswahlbereich. Wir haben eigene Parks, also ein eigenes Ablagetableau. Wetterplättchen, das ist so ein Modul, was noch mit reinkommt. Ja, und dann haben wir die Spielvorbereitung, den Spielablauf mit der Wetteraussicht, die Aktionsrunden. Also das Wetter ist ja offensichtlich schon direkt wirklich als Element am Anfang jeder Runde oder jedes Durchgangsmittel dabei. Nach der Wetteraussicht kommen die Aktionsrunden und dann das Durchgangsende. Dann legen wieder alle parallel ihre Plättchen und versuchen halt entsprechende Wertungen damit zu erfüllen und möglichst viele Punkte zu machen. Auch hier wieder hat man ja auch wieder diese verschiedenen Wasserlöcher, die dann halt entsprechende Multiplikatoren mit den Tieren sind. Mal schauen. Also ich bin sehr gespannt, inwieweit sich das jetzt anders herausstellt als sozusagen quasi der Vorgänger, ob das wirklich etwas ist, was dann auch spielerisch sich wirklich anders anfühlt. Zumindest die Wetterplättchen machen ja auf jeden Fall schon mal einen komplett anderen Eindruck und scheinen hier in irgendeiner Form etwas zu erlauben oder eben nicht zu erlauben, was man vielleicht legen darf. Ansonsten die Tiere diesmal natürlich nicht afrikanisch, sondern eben in Nordamerika, Mitte Amerika, entsprechende Tiere, die man dort kennt und hier diesmal nicht mit komplett anderen Farben, sondern diesmal mit so einem Tier-Symbol, Pfoten-Symbol. Man sieht hier dann eben die unterschiedlichen Arten, was eben dazu führt, dass es vielleicht etwas schwerer zu sortieren ist, aber auf jeden Fall dann nicht ganz so farblich sehr stark unterschiedlich aussieht, wie das beim Vorgänger war. Dann haben wir hier so ein Spielertableau, das ist auch zweiseitig und auch unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob vielleicht immer die eine Seite immer gleich ist und die Rückseite scheint aber auch gleich zu sein. Also hier hat man einfach zwei verschiedene Seiten und dann hat man hier eben Legebereiche. Man hat ja schon, ja sind das hier Wasserlöcher oder sind das eben Dinge, die einfach nicht belegt werden dürfen. Schwer zu sagen. Auch mit dem Fluss ist die Frage, ob das in irgendeiner Form wie das belegbar ist. Okay, da gibt es auch vier von. Hier oben hat man dann noch etwas, wo man wahrscheinlich was anlegen kann. Da unten auch. Dann habe ich das zentrale Tableau und hier liegen dann wahrscheinlich entsprechend Plättchen aus. Wobei dann auch immer, ja je nachdem, wahrscheinlich bedeutet, wo man vielleicht was hinlegen darf, kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir dann die Wertung, nehme ich an. Okay, dann haben wir hier vier Möglichkeiten, die Plättchen zu verstauen. Das war ja schon im Vorgänger. Ja, schön, dass man da eben wirklich schon so kleine Kistchen hatte, wo man die Plättchen reinpacken konnte. Das hat man hier auch eben für die einzelnen vier Spiele, vier Spielerinnen und Spieler, die Materialien. Und dann haben wir hier noch einen Wertungsblock. Hier sieht man auch, gibt es schon einiges, was man hier werten muss, dann am Ende spielt. Und das ist ja auch sehr spannend. Jetzt haben wir hier einfach nur einen Satz. Sonst ist das alles gewisse Material. Ja, das war der kleine Blick in die Box von Caldera Park. Ich bin sehr gespannt. Also Savannah Park hat auf jeden Fall einen positiven Eindruck hinterlassen. Es war natürlich dann nach diversen Partien dann irgendwann schon immer das Gleiche. Aber ich fand es schon so dieses sehr einfache Spielprinzip, möglichst optimale Gruppen zu legen und dann natürlich nachher zu schauen, wo versuche ich mir was freizulassen, wo versuche ich mir Optionen offen zu lassen, wo, ja, sage ich vielleicht auch, okay, da kann ich jetzt nicht mehr mehr anbauen. Da gehe ich lieber auf eine andere Gruppe. Also das war schon immer so taktische Entscheidungen, die interessant waren. Und ich hoffe natürlich, dass hier bei Caldera Park das grundsätzlich natürlich auch so ist. Plus dann hoffentlich gegebenenfalls dann eben auch zum Beispiel durch diese Wetterplättchen und diesen Wettermodule, ja, dass man da noch ein paar andere Möglichkeiten und andere Herausforderungen hat. Ich bin gespannt. Ihr könnt ja gerne mal Kommentar hinterlassen, was ihr so von solchen Plättchen Legospielen haltet, ob die interessieren, ob die für euch interessant sind. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr mal auf abenteuer-brettspiele.de vorbeischaut, meinen Blog, dort findet ihr eine Menge mehr Infos rund um Brettspiele, die Vorstellung von Neuigkeiten, Reviews, Toplisten und zum Beispiel auch meinen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!